Hi, wir sind hier auf dem Orte Moon. Das sind Robert und Jenny aus Berlin. Großartig! Und ja, erzählt uns kurz mal, wie ihr das Festival hier so findet. Entspannt, schön, super. Und genug schwarze Menschen da? Ja, also wie nach Hause kommen quasi. Und eure bisherigen Highlights von diesem Festival? Ganz gut, ganz klar. Eindeutig. Also Bajorna Black war auch sehr geil. Allein schon Soundtest, super, schön. Und jetzt noch Endone. Ich weiß noch nicht, wie es werden wird, aber großartig. Großartig.